Hallo, ich bin Daniela, ein spirituelles Medium aus der Schweiz. Und das heutige Thema sind Jenseitskontakte. Jenseitskontakte sind Gespräche mit Verstorbenen. Unsere Liebsten sind nicht weggegangen, sie sind immer noch da. Ihren Körper haben sie zwar abgelegt, doch ihre Energie, ihre Seele ist nach wie vor bei uns. Wie zu ihren Lebzeiten möchten sie mit uns reden, uns begleiten und mit uns in Kontakt stehen. Der Kontakt mit dem Jenseits ist oft eine ausserordentliche und heilende Erfahrung für alle Beteiligten. Und es kann nicht in Worte gefasst werden. Jenseitskontakte entstehen, weil das Band der Liebe unendlich ist. Die Liebe ist der Motor. Aber es ist auch möglich, weil alles Energie ist. Und Energie stirbt nicht, sie nimmt einfach eine andere Form an. Und das ist ein physikalisches Gesetz. Wir haben einen physischen Körper, der stirbt. Unsere Seele, unser Bewusstsein, diese Energie ist unsterblich. Als Medium erweitere ich mein Bewusstsein über die fünf Sinne hinaus und kann so über die Hellsinne wie das Hellfühlen, Hellsehen, Hellhören und Hellwissen verstorbene wahrnehmen. Wir alle haben diese Fähigkeiten, diese Intuition und diese Sensitivität. Als Medium habe ich es einfach trainiert und verfeinert. Medien rufen keine Verstorbenen, denn das ist gar nicht nötig. Sie suchen den Kontakt mit ihren Liebsten. Sie kommunizieren mit uns nie grundlos. Genauso wie wir haben auch sie Bedürfnisse. Zum Beispiel wollen sie uns sagen, dass es ihnen gut geht. Oder dass sie uns trösten wollen und uns Liebe schenken. Sie geben uns Antworten oder bitten um Vergebung. Sie wünschen sich und uns Frieden und kommen teilweise, um Streitigkeiten aufzulösen. Sie möchten uns ihre Erkenntnisse mitteilen. Sie sind hier, um uns zu motivieren und zu unterstützen. Sie wollen, dass wir glücklich sind und uns unser Leben lieben. Wir befassen uns kaum mit dem Tod. Doch wenn ein lieber Mensch stirbt, kommen viele Fragen auf. Jenseits-Kontakte bieten die Möglichkeit, mit unseren Liebsten in der geistigen Welt zu kommunizieren. Weitere Informationen über mich, die Medialität oder Jenseits-Kontakte findest du auf meiner Website danielahadorn.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!